und uns bleibt dann auch die letzte Herausforderung und zwar der Schaukampf ich habe absolut keine Ahnung was hier gleich abgehen wird man kann das aktualisieren ich vermute dann wechselt der Gegner das möchte ich erstmal gar nicht ach so das ist interessant das ist sehr interessant da wollte ich hier hin mir fehlt noch eine Kiste ich vermute die ist hier irgendwo was ist denn jetzt passiert die kommen zu den weg wieso greift er mich hin vielleicht die Gegner ich wollte einen Schaukampf machen aber irgendwas habe ich hier gerade aktiviert in dem ich die dass sie dieses Fass da zerstört habe was auch immer das bedeuten soll keine Ahnung na gut ich kämpfe ja hier mit normalen Kräften das sollte eigentlich gar kein Thema sein was ich ich jetzt ich 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 Danke schön. Er ist nicht gestorben. Aber jetzt wird er sterben. Okay, jetzt bin ich gespannt, was hier passiert, ja? Ich weiß, was ich in dem Nebenquest gemacht habe, oder was? Ist das ein Erfolg? Interessant. Hier steht noch was, gibt einen Erfolg. Ist klar, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal runter zum Showkampf. Das, was wir auch machen wollten, das werden wir jetzt auch tun. Da, ich sehe sie. Lass mich in Ruhe, du. Lass mich die Kiste nehmen. So, jetzt bin ich zufrieden. Ich hab die Kiste aufgesammelt. Dann können wir weiter questen. Ja, Team. Komplett Standard rot. Und, äh, würde ich sagen, wir legen mal einfach los. Was? Hm. Hm. Das war definitiv falscher Fokus. Ich muss den fokussen. Wenn der explodiert, habe ich ein Problem. Was? Nee. Wenn wir jetzt einen Schaden bringen. Na. Gut. Jetzt ist eigentlich schon gelaufen. Guck mal, in der Automatikmodus laufen ist. Irgendwann, was gleich passiert, nach dem Showmatch. Und, ob man das einfach nur unendlich spielen kann. Das ist hauptsächlich die Frage. Wäre erstmal interessant, aber auch gleichzeitig. Naja. Gut. Kann man machen, aber. Wird wahrscheinlich, nach einem Tag, eh keiner mehr machen. Okay. Wir kriegen, äh, ein Erfolg, dass wir es geschafft haben. Und dann gehen wir einmal hier rein. Dann kriegen wir hier die letzte Belohnung. Und dann können wir das hier abholen. Das ist, äh, für euren Chat. Dann holen wir das Ganze auch mal ab. So. Alles klar. Jetzt haben wir komplett alles eigentlich erledigt. Und wir haben hier unendlich Showmatches, so wie es aussieht. Genau. Wir können hier unendlich fighten. So sehe ich das hier. Aber einmal missen wir. Okay. Und jetzt gibt's noch eine Kleinigkeit. Und zwar haben wir ja hier im Chat das neue Chatfenster bekommen. Das aktiviert ihr. Okay. Und dann bekommt man erstmal einen Erfolg. Und dann, ähm, schreibt ihr irgendjemanden. Freunde? Keine Ahnung. Nun, ich weiß nicht, ob der online sein muss. Ich bleibe mir jetzt einfach so. Konzenten. Hm, das geht nicht. Hm, schade. Ich glaub, der muss online sein. Ich hab niemanden, der online ist. Dann gibt's normalerweise noch meinen extra Erfolg für. Hm, richtig? Ich bin ja jemanden. Kann ich den einfach so anschreiben? Ah. Logo nicht. Na ja, gut. Dann nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Freund anschreibt, sollte es einen Erfolg geben. Ich weiß nicht, ob der online sein muss oder nicht. Aber... Ich denke nicht. Das hat noch nicht funktioniert, warum auch immer. So. die man abarbeiten könnte ich glaube nicht notwendig ja somit haben wir das jetzt komplett abgeschlossen ja die aktion ist für mich gelaufen war sehr interessant ganz ehrlich schon gut und ist klar ich sage zum nächsten mal